Bleiben Sie ganz ruhig. Können Sie mich auch so hören? Wie lauten Ihre Forderungen? Es gibt keine Forderungen. Ich habe Geld gebracht. Nehmen Sie doch einfach das Geld und gehen Sie. Nein, ich möchte kein Geld. Was wollen Sie denn da? Ist das ein Fehlalarm oder so was? Nein, das ist kein Fehlalarm. Das ist ein Banküberfall. Der Dorfpolizist ist mittlerweile unterwegs. Auch für ihn ist so ein Bankraub völliges Neuland. Aber er hat schon den ein oder anderen Krimi gesehen, weiß also in etwa, was zu tun ist.